Glaubenssätze Einfach so, dass ich sage, ich kann mir keinen Namen merken und jetzt mache ich einen neuen Glaubenssatz und der heißt, ich kann mir Namen merken. Das Wichtigste ist zunächst, dass ich den Glaubenssatz in mein Leben integriere und dankbar dafür bin, dass er in meinem Leben ist. Ich will Ihnen dazu ein Beispiel machen. Eine Führungskraft hatte Angst vor großen Auditorien zu sprechen und vor große Gruppen zu treten. Der neue Glaubenssatz lautete wie folgt. Ich habe Angst vor großen Auditorien zu sprechen. Ich bin dankbar für diese Angst, denn sie ist ein guter Ratgeber, weil sie dafür sorgt, dass ich mich auf die Menschen, denen ich begegne, gründlich vorbereite. Der Weg aus der Angst heraus führt nur durch die Angst hindurch und diesen Weg werde ich ab heute mutig, entschlossen und mit Freude gehen. Der hilfreiche Umgang mit den Sie blockierenden Glaubenssätzen ist also erstens reflektieren und bewerten. Zweitens, dankbar sein, sie annehmen und in ihr Leben integrieren, als Glaubenssätze, die sie aus gutem Grund haben. Und drittens, dieser so formulierten Dankbarkeit die Erweiterung, wie sie das in Zukunft handhaben wollen, hinzufügen. Viel Spaß und Erfolg dabei! Bis zum nächsten Mal!